So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Infofolge zu Pokémon GO. Ich habe extra gedacht, ich mache heute einfach gar kein Pokémon-Video, ich habe die Nase voll. Dafür gibt es eine Premiere, 15 Uhr. Jetzt war die Premiere 15 Uhr und jetzt sagt Pupsi, hey, hast du schon die News gemacht? Ich gucke rein, News, danke der Yantik, aber da steht, bald gibt es den Meisterball auch in Pokémon GO. Da wurde ja eh schon in den Data-Minds jetzt die ganze Zeit was gefunden und Texte und immer mehr Andeutungen. Der wurde ja schon vor 100 Jahren gefunden, war immer noch nicht da. Wir haben die ganze Zeit eine Spezialforschung in Pokémon GO, 4 von 6, und die geht nicht weiter. Jetzt wissen wir, wenn sie weitergeht, am Ende kriegt ihr den Meisterball. Ob man den nur aus der Forschung kriegt, einmalig, oder dann später vielleicht im Shop für 5000 Coins, einen Ball nochmal kaufen kann oder so, damit der Yantik wieder was verdient, das wissen wir jetzt nicht. Was wissen wir aber? Bald gibt es den Meisterball auch in Pokémon GO. Trainer, bei euren Abenteuern habt ihr vielleicht schon vom besten Pokéball gehört, den es gibt, den Meisterball. Mit ihm fangt ihr jedes wilde Pokémon in Pokémon GO garantiert. Ganz egal, ob es aufgrund von Log-Modulen, nach Raidkämpfen oder dank des täglichen Abenteuerrauchs erscheint. Schon bald könnt ihr alle dieses mächtige Item in Pokémon GO nutzen. Wofür werdet ihr es einsetzen? Und das ist auch die wichtigste Frage, die ich jetzt an die Community habe und weshalb ich dieses überflüssige Video-Fix dazwischen aufnehme. Was kommt euch in den Sinn, wofür sollte man den Meisterball nutzen? Ich meine, bei wilden Pokémon denke ich mir, fange ich, ich habe ja genügend andere Bälle. Feldforschungen, da kann eh nichts fliehen. Eier brütest du, bei Raids hast du ja eigentlich deine Premier-Bälle, die normalerweise ja ausreichen. Also wenn du jetzt ein Raid gemacht hast und hast ja 26 Bälle und du wirfst mal einfach fabelhaft auch, da dürfte das im Normalfall ausreichen. Für die Ultrabästchen gab es die Ultra-Bälle, also diese weiß ich nicht. Da blieb er nur übrig, wirklich für Wildes. Und dann kam die Idee und einige Zuschauer haben schon reagiert und gesagt, Abenteuerrauch, die Galavögel. Wie selten taucht mal ein Galavogel auf und wie oft flieht der. Du siehst keinen und wenn du einen siehst, dann flieht der, das ist die goldene Regel. So wenig Leute haben einen Galavogel bis jetzt gefangen. Ich habe alle drei in Glücks, da bin ich abgesichert erstmal, aber das ist die einzigste und krasseste Möglichkeit und Nutzbarkeit, die ich jetzt gerade in dem Meisterball sehe, dass man wirklich, wenn man so einen Galavogel sieht, den benutzt. Aber es gibt ja drei Galavögel und ihr habt nur einen Ball und dann werft ihr den für einen Lavados raus und dann habt ihr einen Tag später einen Zapdos und es flieht euch wieder und dann ärgert ihr euch, dass ihr es nicht fürs Zapdos aufgehoben habt. Wird es also noch die Möglichkeit geben, weitere Meisterbälle zu bekommen? Was denkt ihr? Oder, weil hier ja auch was steht mit nach Raid kämpfen. Manche haben auch schon gesagt im Stream, vielleicht ist das ja doch so, wenn man einen Raidboss hat und man will den fangen. Und man hat halt, weil man mit Fremden gekämpft hat, nur acht Bälle und dann hat man nur noch genau einen Ball übrig. Und man hat aber einen Meisterball und es ist ein hundertprozentiges, stellt euch vor, hundertprozentig, Rai Quarzer im Raid, du wirfst, du hast nur noch einen Ball, wenn du jetzt daneben wirfst, ist er weg. Aber du hast den Meisterball und kannst dieses hundertprozentige eintüten. Wäre das nicht genial? Kommen die nächste Spekulationen auf. Wenn man dann Meisterbälle kaufen kann, nutzen kann, haben kann, gibt es dann vielleicht auch diese garantierten Shiny-Fänge nicht mehr. Ja, bisher war es so, wenn ein Raidboss, ein legendäres Shiny vor euch stand, es hatte eine hundertprozentig Fangrate, ihr musstet nur einen Ball treffen, dann war das drin, gefühlt wie ein Meisterball. Nehmen die das dann raus, böse Zungen behaupten jetzt, die packen bestimmt, wenn sie den Meisterball rein, basteln ins Spiel, diese Shiny, hundertprozentig Fangraten raus. Und dann musst du eben auch, wenn du ein legendäres Shiny hast, werfen und Glück haben, dass das drin ist und dann vielleicht sogar einen Meisterball nehmen, damit du einfach nur einen Shiny Rai Quarzer fangen kannst, was jetzt garantiert immer drin geblieben ist. Das ist aber auch wieder nur Spekulation, deswegen, was denkt ihr? Wird da was an den Fangraten gemacht? Muss man sich die Shinies demnächst teuer erkaufen über Meisterbälle aus dem Shop oder bleibt alles, wie es ist und ihr habt einmalig aus einer Spezialforschung einen Meisterball, bei dem ihr euch gut überlegen müsst, für was ihr den nutzt. In den ganzen Hauptspielen ist es ja auch so, dass ihr den einmal habt. Wäre irgendwie kompletter Schwachsinn, wenn man jetzt hier unendlich hätte. Also es wäre schon genial, wenn man ihn wirklich nur einmal hat, dann würde ich den wahrscheinlich aber auch nie benutzen, damit ich den einfach habe und immer zeigen kann. Wofür würdet ihr den benutzen? Schreibt es mal rein. Was steht hier noch dabei? Spezialforschung zur Jahreszeit, nichts wie raus und go. Während der zehnten Jahreszeit aufsteigende Helden ist eine kostenlose Forschung verfügbar. Die letzte Forschung beginnt am 22. Mai. Das heißt also, am 22. Mai gehen die letzten Kapitel von der Forschung los, die jetzt da ist. Professor Willow hat Neuigkeiten zu den jüngsten Plänen von Team Go Rocket und ein Geschenk. Ihr könnt die Spezialforschung bis zum Ende der Jahreszeit am 1. Juni um 10 Uhr abholen. Eine der Belohnungen für den Abschluss der Forschung ist der Meisterball. Einen der seltenen und mächtigen Meisterbälle bekommt ihr nicht alle Tage. Überlegt euch allzu gut, wofür ihr ihn einsetzen möchtet und haltet Ausschau nach weiteren Gelegenheiten mehr davon zu bekommen. Da steht ja jetzt trotzdem schon drin, dass das halt nicht einmalig ist, sondern ihr wohl in Zukunft auch weitere bekommen könnt. Dann braucht ihr also gar nicht überlegen. Ihr braucht nur viel Geld und dann könnt ihr euch die bestimmt bald im Shop kaufen für 5000 Coins, ein Meisterball. Wer würde das machen? Schreibt es mal rein, seid ehrlich. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Freut ihr euch auf den Meisterball? Schreibt es mal rein. Ciao.